Du würdest ja mit Bitcoin dann Produkte kaufen können. Alles dehnt sich immer weiter aus mit der Zeit. Vor allem durch technologischen Fortschritt kannst du alles immer effizienter und in größeren Mengen herstellen. Du musst dir einfach mal so überlegen, du bist ein Mensch, hast zwei Beine, kannst laufen. Technologischer Fortschritt, Fahrrad. Kannst auch mal Fahrrad fahren. Auf einmal technologischer Fortschritt, Auto. Es wird alles immer mehr durch den technologischen Fortschritt. Wir werden auch mehr Menschen, vielleicht auch mal irgendwann wieder ein bisschen weniger, aber grundlegend dehnen wir uns aus. Wenn Bitcoin knapp bleibt und alle es nutzen würden, Bitcoin würde unendlich lange steigen, sofern wir uns als Menschheit weiterentwickeln. Vielleicht mal an der Stelle, wie Bitcoin eben eine Art Zivilisationsindex sein kann. Weil du eben siehst, dadurch, dass in Bitcoin alles immer günstiger wird, stellst du fest, wir sind als Zivilisation technisch vorangekommen. Du kannst es sogar aufs Energielevel bringen, eben anhand der Kardaschow-Skala. Kein anderes Gut der Welt wäre dazu in der Lage, dezentralen Zivilisationsindex abzubilden. Bitcoin kann das. Bitcoin würde dauerhaft steigen, aber in Bezug eben zu allen anderen Dingen. Das heißt, statt einem Brötchen kriegst du nach einem Jahr dann zwei Brötchen für deinen Bitcoin. Und da steht halt kein Dollarpreis mehr dran, sondern Bitcoin ist der Denominator, in dem alles immer günstiger wird. Siehst du, die Zivilisation ist vorangekommen.